schön dass ihr eingeschaltet habt zwar ein show noch mit dabei sind wir boom und hallo so ja jetzt ja geht das richtig ab die katze von schmied und dann gebeutelt aber erst mal eine pause sind aber auf keinen fall gut ich weiß nicht wieso mein game ruppel gedreht ein bisschen ok sonst vielleicht drunter stellen oder mein stream noch ausmachen haben ja du ne ellis port ich habe ich kann ihn kann nicht antige spritze drin ich habe schon mal noch eine kleine ich habe bekommen ja keine ahnung ich habe die gar nicht mal gehört oder gesehen ich bin einfach umgefallen ich habe keine Ahnung ich habe nicht mal ein Anzeichen gegeben die waren einfach da so warte mal hier boom hier kannst du reingucken hast du gesehen das ist so ein easter egg ok es hat auf jeder mann so so ein easter egg oh ja ist ja auch mehrere auch zu filmen welche anspielungen oder wort und ja dann ohne auf den anderen hinweist wo ist der denn oder rechts hallo ja dann warte wir können auch vorne zur kutsche wir können auch in der kutsche vorbei ich glaube ich brauche von der kutsche nix glaube ich ich nicht ich nicht auch haben links ich habe so los geht's bei ich sage natürlich auch na brauchst du jetzt was für eine kutsche nein 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 alles gut da fast erreicht ich brauche ich brauche nichts wirklich das ist nur eine 2 stunde da sind die schmecken moon yeah booms order er boomt alle weg hängt da oben einer drin ne wo genau ne 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 naja ne 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 Ich operiere hier noch rote Fass, falls da Gegner durchlaufen, fliegt in der Luft. Also nicht so am roten Fass, am besten. Ist hier noch irgendwas? Ich schmecke mal die Falle hier rein. Oh, ist rot! Ich glaube, ich habe sie schon gesehen. Ja. Wo? Ich weiß nicht, ob ich den auf 180 gesehen habe, wo ich dachte, im Moment sehe ich da einen und dann gucke ich gerade mit Dings und dann. Der ist unten, der Boss? Okay, dann ist gut. Naja, der ist unten. Ich wollte gerade sagen, wo ist der denn? Wo hast du den Gegner gesehen? In welche Richtung? Ich glaube, 180. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich so spanisch weggestand bin. Weil ich dachte, im Moment, steht da einer? Oh, nee. Äh, 300 habe ich Sound. Ich glaube, da hat einer versucht, auf mich zu schießen. Das ist auch noch ein rotes Fass. Ah, eierlich. Oh, ich mache mal kurz den Vögel noch hin. Raps. Da habe ich ja noch mal geschrieben. Ich glaube, ich habe einen getroffen. Ich glaube, da ist einer drin. Ich habe immer noch ein dunkles gesehen. Da treffe ich dann einen Zombie. Oben auf dem Dach. Äh, Metall, Metall. Immer noch oben auf dem Dach. Jetzt sind wir manchmal drauf. Kann man da das mittlere Ding oder ist der mitten auf dem Dach oben? Äh, der war da auch. Okay, der durch ping. Oh, das steht schon mal nicht oben da. Sorry. Ja, das ist ja so eine Art Turm. Kann man da rein, das ist die Frage? Ja, wo meinst du denn jetzt? Also du kannst da oben drauf, ja, ja, da ist, genau, da war gerade einer da oben. Aber nicht in diesen Art Turnstern oder was ist das denn so? Nee, nee, aber da links neben. Okay, schön, die ist tot. Die ist tot. Die ist tot? Ja, ja. Vorne geht die Tür auf. Muss mich, schön, ist auch dort. Äh. Ist immer noch rot. Müssen wir mal inkozieren. Hier ist auch gut. Haben wir jetzt alle oder? Nee, nee, ist noch rot. Ich glaube, oben auf dem Wasser ist wieder jemand. Ja, glaube ich. Also müssen wir mal inkozieren, äh, hier. Wurde wieder geholt, ja. Ob der Lächel unten einfach wieder aufschiebt vor der Tür, dann haben die Neko. Ich sehe gerade auf dem Dach niemanden mehr. Ich möchte ja viel komische Geräusche, die ganze... Was meinst du? Meinst du den Boss im Lauten? So. Nee. Oh. Die Werfen, die Werfen was... Exklusives. Du versuchst den ganzen Fokus aufs Dach zu kriegen, aber ich hab nur einen halben Blick aufs der... Wenn er aufs Dach gucken will, kannst du ganz sehen, komm, wo ich bin. Ja. Mit oben? Nee, hier unten. Hier unten. Ah, nee, hier unten. Kannst du dich einfach hier so hinstellen, da kannst du so ein bisschen hochgucken. Da hast du ein bisschen Schutz. Ich will aufs Dach gucken. Nee, die sind gerade nicht mehr aufs Dach. Ja, ist ja gut. Hier wieder aufm Dach? Nee, irgendwo hinterm Zaun. Achso. Das haben wir noch nicht gefunden. War dann einfach irgendwie durch. Jetzt sind sie wieder aufs Dach. Dach wieder? Ja, die konzentrieren sich gerade mehr auf mich. Ja. Aufmerksamkeit an der Kappe? Ja. Aber oben rein wohl. Gut, die Frau ist gerade runtergesprungen, die aufm Dach war. Achso, die hat mir durch den Holzen einen Headshot gegeben. Klar. Achso. Ja, kannst du mich eigentlich holen von der Seite. Das ist ungünstig. Ja, wenn sie sich jetzt auch noch durch den Holzen einen Headshot gibt. Danke. Ich glaube, wir hinten irgendwo in die Rüstung vernahmen. Oder? Ich weiß nicht, ob sie den einen schon wieder geholt haben. Warum ist die von dir die Tür zu und überhaupt? Ich habe die vorhin wieder zugemacht. Achso, okay. Ich habe ja die wandert. Nee, ich wollte, dass du die aufmacht hast. Damit ich sehe, wenn du... Okay. Ja, ich sehe den einen Typen gerade unten. Oh, hier, hier drüben am Fenster. Der kommt reingesunselt, hier. Und hat es direkt zurückgefunden. Flash kommt. Ich bin komplett blind. Ich bin beim Boss unten gerade. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Hab einen. Alter, der hat mich gerade direkt wieder gesehen. Obens was? Obens was? Ich heil mich eben. Nein, nicht. Lautst du jetzt hier? Okay, ist immer noch rot. Ja. Von der Aktion von denen jetzt hier. So, wo sind die jetzt hier? Hab mal rein. So, sehr gut. Er ist nix mehr rot. Hier draußen ist einer. Lassen wir ihn looten. Ja, einer nach Bauty Team geht auch schon raus. Nee, aber looten das mal. Oh, guck mal. Hat meine Waffe. Sonst looten die anderen hier drin. Hier ist noch einer. Der meinte, ihr müsst mich anspringen. Der ist Slugboy. Ja, Mensch. Das nehmen wir doch gerne. Aber heute laufen irgendwie viele mit Pennyshot rum, oder? Pennyshot und Slug ist mir das erst mal. Pennyshot ist gerade echt gut vertreten. Und der andere liegt da oben. Wenn ihr den nur looten wollt. Ja, wir zwei gelooten. Loot ihr den ja ruhig oben. Hier ist noch. Mach dir den oben. Okay. Dann drücke ich dir mal eben kurz ein bisschen Pennyshot in die Rippen. Den Boss. Hm. Oh, der ist sauer. Ja. Ach, hier geht's drunter, oder? Ja, hier kannst du auch runtergehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. wieso brennt er schon wieder ich guck mal eben kurz wenn ich schon wechseln so so aussuchen wir vorne kannst du kannst auch gerne hier oben machen wenn du noch hast irgendwie genau also wenn ihr wirklich hinter nur übrig das kannst du steine machen aber sonst würde ich erst mal hier meine machen weil ja oder kann ich einfach so leise reinkrabbeln wieso geht das jetzt hier nicht ja vielleicht weil meine alten pfeil noch liegen manchmal ist das ein bisschen komplizierter da lacht er da stell dir von außen davor innen geht nicht hier liegen aber ein paar dollar rum oder ausgesperrt für immer ja sieht doch richtig die anderen sind ja schon raus ja die waren ja schon vor der feite richtig los ging so gut hat er mich auch schön geflasht gehabt ey und dann konnte ich genau gerade sehen und dann drehe ich mich um dann sehe ich wieder auf mich zu renne ich so arsch ja ich bin dann direkt hinterher gepusht habe ich gesehen ich denk so nein er hat mich erschreckt aber einmal steht er da am fenster und guckte rein ey ich denk mir nur zu scheiße runter ja der andere war auch ja ich sehe mich rumkrabbeln Moment warte zu tsch 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 okay da waren die ersten drei wobo sind und die andere drei sind raus also so können es nur drei da sein änder Ja. Boah, ich glaube, ich nehme aber die Slug mit. Die Slug-Variante hier. Wenn die scheinen da liegen, das da. Bist du Gegner, oder? Nee. Da würde ich noch was sagen. Ja. So. Ich guck mal. Oh, Mensch, der Räder hat voll ab hier. Dann können wir ja schon fast rausrennen. Nachts sie pressen rüber? Aber du kannst hier noch ein Bounty mitnehmen. Oder... Ist doch egal. Was denn? Hier unten ist noch ein Bounty, ganz ein Bounty mitnehmen. Naja, lass du das, äh, das Ragun das frisch machen. Ja. Ich dachte, ich wusste, ob Ragun der schon da ist oder noch. Ja, ich muss hier erstmal durch die Falle, ähm... Durch die Fallen kämpfen. Ich hab auch nochmal eine Falle abgebaut, nehme ich mir, die du hier unterwegs irgendwo platzieren. Kannst auch machen. Oh. Oh. Mach's gut. So, es gab das... Gift. Zwei Minuten haben wir noch, dann muss ich raus sein, weil dann meine Ausdauer rausläuft. Na, dann halte ich an. Ab wo ausdauer, ich hab da noch eine Spritze. In der Bollerei? Ja, hab ich gerade noch. Achso. Na gucken. Das war das Stichwort. Na, ist doch mal was. Ja, das wird noch ein langer Lauf, bis wir da sind. Ja, wir rennen an der Kutschoffe wohl. Komm mal. Stopp. Nicht mal die treffe ich, äh... Ich treffe gar nicht. Nee, heute irgendwie nicht. Oh, mit Trotty geht heute eigentlich manchmal gut rein. Wenn ich... Damit schnüppelst du die richtig weg heute. Äh, von mir ist sie runtergegangen. Ich wollte doch... hä? Ich wollte gar nicht runter. Weiß nicht. Das muss ich sagen, weil da zwei rauskriegen sind. Das muss ich sagen, weil da zwei rauskriegen sind. Ähm... Vielleicht noch mal ne Kutsche vorbei. Wie viel Sekunden hast du noch? Äh, fünf. Na, guck du gleich mal. Tü, 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 tü. Nioh. Zwei. Wer geht das? Nein, nein. Keine Dermütstang, ohne großen Täuschung. Oh Gott, nee, 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 nee. tü 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 oh Gott die Ausdauer lässt noch nein kann man so geholfen und immer noch nichts du bist du mich an der zombie so aber gut gut prädiktet Bruder wo einer voll durchläuft so 4 stück ok 2 1er war noch unterwegs irgendwo interessant schöne knackige runde und morgen um 3 zu 20 schon wieder einschalten tschüss tschüss